Die Trainerfrage bei Manchester United bestimmt gerade die Sportmedien und jetzt kommt ein neuer Bericht aus England. Laut der Daily Mail soll tatsächlich Messis Trainer kommen, Pochettino. Der aktuelle PSG-Trainer soll angeblich gerne wechseln wollen. Er soll überhaupt nicht happy sein in Paris, lebt dort immer noch im Hotel und würde gerne PSG wieder verlassen, weil er dort nicht die Ressourcen kriegt, die er sich wünscht. Also man hat zwar genug Ressourcen, man hat genug Geld, man holt nicht die Spieler, die er will. Man verlangt von ihm extrem viel direkt und er fühlt sich dort einfach anscheinend nicht wohl. Und laut der Daily Mail würde Pochettino gerne sofort zu Manchester United wechseln. Dann könnte es dazu kommen, dass PSG als Ersatz Sinedine Zidane verpflichtet. Den will man auch in Manchester bei United, aber bei Sinedine Zidane soll das Interesse nicht besonders groß sein. Manchester United zu übernehmen, er soll angeblich eher schielen auf den französischen Nationaltrainerposten oder den von PSG. Und es könnte ja dann so eine Trainerrotation geben, wenn man quasi sagt, okay, Pochettino wechselt zu United und Zidane übernimmt dann bei PSG. Noch fehlt mir dafür so ein bisschen die Fantasie. Ich glaube nicht, dass PSG mitten in der Saison ohne jetzt größeren Grund, klar, man ist nicht so happy mit Pochettino, aber im Endeffekt hat er jetzt auch nichts krass falsch gemacht, dass man dann in der Saison irgendwie den Trainer wechselt. Ich weiß nicht. Sinedine Zidane könnte aber wirklich bei Paris den Unterschied machen, weil er kann gut mit Stars, das hat er bei Real Madrid bewiesen. Naja, eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.